Welche haben Sie denn noch einstudiert? Alle. Ehrgeizig. Entschuldigung, ich hab hier reserviert. Warte kurz, ja? Wie fühlst du dich denn auf? Entschuldige dich. Komm an. Sie vergeuden hier gerade unsere allerzeit. David, gehen Sie mal bitte in den Flügel. Da ist der deutsche Wunderknaube. Wollt er kurz mal vor seinen Wettbewerben. Müsst du dich hauen, oder was? Das klingt mir alles zugleich. Ist langweilig. Ich hab einen völlig unkonzentrierten Eindruck hinterlassen. Sie so anfangen, dann kann das nichts werden, David. Es geht hier nicht nur um Sie. Marie! Jeder verpiss dich doch! Ist er nicht im Tempo? Und anziehen? Hopp! Nein. 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 Oh, 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 oh.